mit unseren haben das platz 3 platz 3 platz 2 platz 2 also so ein Bullshit-match kurz gesagt so wie alle heute schon und unser Platin verlässt das Match vielleicht kriegen wir ein Dia ja rein auch Tatsache ein bisschen Gold 3 der ein komisches Profilbild hat die Frage ist er selbst oder nicht aber ich mag die Map du wirst sie dann noch nicht mehr mögen was ich mag die Map noch danach werde ich sie noch mögen wir werden jetzt sowas von gewoffenes ja und ich mag die Map und dein Glas dann mal durch denn trotzdem nichts dran dass ich von drei seiten gekühlt werde 10 Sekunden bevor insertion insertion in 5 Sekunden dann kommt dann kommt dann kommt was die wo seid ihr da naja da hinten guck mhm mhm ey warte mal hab euch hier noch was die ich bin ich bin ich bin nein nein hatte ja mich drum mal rein ja ja okay wie war aber ich meinte ich habe doch gesehen bin ich da auf den kopf geflogen weiß dass man da nicht stehen kann da oben da oben Egal, das mache ich schon. Wo war denn da einer? Den habe ich, den habe ich, wirklich gut. Was ist der Fusor? Der Fusor ist auf Englisch. Der Fusor ist auf Englisch. Ich bin auf dem Weg. Er hat einen Spott bei B. Er ist auf dem Weg, er hat einen Spott bei B. Das ist gut. Oh, und hat funktioniert. Ja, 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 Bastian ist klar. Äh, ich hab kaum was. Ja, ist klar. Oh ja, ist falsch. WTF ist das? Ja, 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 ja. Alles interessant, jetzt wird man schon geflamed, wenn man Klairs draußen spielt auf Flugzeug. Mhm. War noch jemand ne Wand oder so? Ich hätte noch zwei, ja, aber ich... Mach mal zur Fahrt. Ob's kommen. Sind die schon da? Ja. Kann sein, dass die unten aufmachen. Die Tür. Bei A. Ich spring vorbei. Echt jetzt? Ash kommt von rechts. Ich glaub der Dropper ist aufgegangen. Basti neben dir. Jetzt ist der Dropper offen. Ich dachte ja, war vorhin schon offen. Ich dachte ja, war vorhin schon offen. Ja. Oh. 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 Eh. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Ja, wir kämpften zu zweit. Und jetzt kommt noch ein Geschmack. Ist das denn das? Da ist auch Montanien. Okay, jetzt zwischen beide geworfen. Montanien kommt von hinten. Montanien ist bei A. A. Montanien geht Richtung Elfdaum. Montanien ist K. Montanien ist Lock. Ansonsten wenn hinten einer kommt. der muss herkommen da kommt jetzt einer zum defuser der ist hinten im geheimgang yummy hinter dir oder wo der bastion schaut wo die wand offen ist was die beim schild die kommt jetzt rein rechts von dir kommt sie rein das hast du super safe gespielt wenn die wissen wo du bist dann brauchst du da nicht weil du kannst nicht so schnell reagieren wie die dass der montagne da nicht an meiner impact stirbt keine ahnung der gegner für blitz ist nicht gestorben ich habe den acht body shots gezogen und der ist einfach nicht und an ihr wollt dann hat die montagne angeblich kein einziges mal diese jungen und ich bin 80 und guck dann noch die mitsch Oh, schade. Hier kommt was. Ei. Ja. Unten ist aufgegangen. Ach Traum ist er. Hier Kleber setzen. Was machst du? Kann ich nicht aufgrechen bitte? Jemand hat. Kommt was. Da hinten ist so böse. Kannst du rechts halten? Ja. KW hat aber unten. Da hinten. Ne. Wir müssen hier aufmachen. Hier auf. Komm. Go. Ich kann nicht. Hinten war einer. Ja. Nein. Der war vorhin gerade. Vorne draußen. Plant. Sunder. Ja. Da ist noch eine Tür. Aufmachen. Schnell. Die hat mich. Ja. Auf, 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 auf. Plant jetzt schneller. Auf, auf. Warum nicht du plant. Okay. Jetzt planten. Go go. Nach hinten abdecken. Diffuser ist aktiv. Protected at all costs. Ah ok, sorry. Der habe ich schon einen mitgegeben, der Kaverder. Ernsthaft? Hier? Wieder? Das war echt knapp. Ach, wie ein Scherz hier, ja? Ja, ich meine, so ein Heal-Steal muss auch mal sein. Das war aber schon der zweite oder dritte. Hast du schon mal einen Ace gestealed, ja? Ja, mein... Also ich nicht. Schon wieder hier, warum? Nimm die Rüstung mit und passt. Willkommen, wir haben auch Rüstung. Ab 4, eine Bombe. Protektiv. Fertig! 10 Sekunden. Das ist eine Franzose in der zweiten Seite. Ich war hier. 5 Sekunden. Ich muss wieder die Baguette schreiben. Ab 4 ist eine Bombe. Du kannst kurz aus der Ecke rausgehen. Wie bitte? So, ich wollte einen anderen Mutant noch hinstellen. Gut. Die Gäste,. Ab 5 Sekunden. A6. Ab 5 Sekunden! Ich habe das, was sicher gemacht wird! Paar Basen! In der hab ich dich ich bin tot ja da kam noch einer aber es hat alles geruckelt hallo ich hab den defuser ok aber ich hab leider keine lamine mehr bei a ist einer vorne geht richtung ist der montagne so geht's mir auch öfters Ich habe einen Räumigen nebenan, Schleif. Hinter dir. ich meine im angst fahren wir besser allein schon dass es 2 2 steht dafür dass es ein vierer team platine ist mit blitz jetzt aber auch gerade ein paar richtig geile kills gedrückt so direkte schutz und so mhm, darf ich mir auch gerade so, kann man mal machen careful, they're peeking also, sie machen die, nöbel die Tür auf schade, da ist noch einer, dahinten so, komm wo ich mal kitter wir müssen eigentlich versuchen A zu planten ja, ist scheiß, wenn die da oben rumgammeln kommt es unten nämlich nicht rein wollen wir A hinten Treppe planten? ja da ist gerade eine gewandt wir müssen erst oben clearn und dann eine Doppel Claimor setzen ja, okay Was hältst du da unten? Der Yokai ist da, Achtung, ich smoke. Das Yokai ist da nicht mehr. Ne, Yokai ist noch da. Ja, das war anders hin. Jetzt hinter dem Smoke. Das waren Hits. Hälfte angeblich, zwei Hits. Das ist so lächerlich mit der S. Oben Clamer setzen bitte. Sollte schon. Oha, ah. Er hat echt von dir, Yami. Warte ab und mich erschossen hat. Jetzt plantet schnell. Plantet, he is far away. Habt ihr hinten Claymoos gesetzt? Ja. Ich hab eine, ja. Ne, kommt von hinten. Ja. 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 Wir wollen thr ist targeting. Geht mal mit dir am Tryhard. Okay, die Lobby wird mir jetzt aber ein bisschen komisch. Ich glaube, das war's aber für mich für heute.